Kippo, mein Lieber. Als ob Kippo und Kappa so viel Unterschied sind. Holy fuck. Ja, scroller noch weiter raus. Nein, ich möchte meinen Charakter nicht mehr sehen. Quatsch. Oh shit, ich sehe da Gegner. Brauche ich eine Tetanusspritze. Eine Tetanusspritze? Nicht ja, zwei oder drei. Einen ganzen Kanister. Noch mehr. Junge, wir müssen dringend mal über deine Klamotten reden, weil die sind ja... Alter, sind die Potten hässlich. I mean, look at this guy. Weißt du, Flipflops dabei anhaben, ne? So Gübbelsandalen. Ah. Unmöglich, auf welchen Style. Ich will die Raffi-Pistole nicht. Was berichtet denn da so rot? Nicht etwas, wo ich hinspringen kann. Was hab ich hier? Was hab ich jetzt nicht geworfen? Sitzende gebauen. Tschöööööö. Mal eben nachladen. Buhh. Buhh, 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 Buhh. Verstärkung? Was macht der da? What? What the fuck was das? Komm, zeig doch nochmal dein süßes Gesicht. Du siehst doch so schnüke aus. Warum ist das immer so lustig, wenn Leute runterfallen? Goddammit. Ähm, wo ist doch nicht lang? Oh, hier lang. Hm, die G-Mahl. Ich glaube, wir behalten den Kram, den wir haben. Wie viel hat unsere Pistole noch? 51. Wir sind definitiv gut, was das angeht. Da ist nichts. Okay. Everybody. Wow. What the fuck war das? Anscheinend ist eins meiner Kram nicht richtig drin. Nathan! What the fuck? Was? 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 Ja. fantasgen, ja. Oh... Ich komm einfach rüber. Ist einfacher. Hat's dir total gebracht, der Hochschwing für dich, wa? So. Hopp. Hopp. Oh, noch mehr Schießpassagen? Pst. Fall runter! Lass mich dir helfen. Ich kann ihm nicht helfen. Wie zum Geiler hängt der denn da? Moment, da müssen wir hochklettern, da muss ich aus der Nähe sehen. Von welcher magischen Kraft wird der denn da angekettet? Wtf. Was haben wir hier? Granaten? Granaten sind nicht verkehrt. Wo ist jetzt der Funkraum? Gibt's hier gut? Er zittert noch. Was zur Hölle? Ich würde behaupten, das ist physikalisch impossible. Just say. Der Funkraum ist wahrscheinlich irgendwo da oben, wenn ich raten müsste. Der hängt an seinen Eiern? Nee. Wahrscheinlich nicht so. Keine Schießerei? Ah, ich wollte gerade sagen. Verstecken bringt nichts. Versteckt mich doch gar nicht. Der hat einen Balken im Schritt. Oh, der hat echt einen Balken im Schritt. Jetzt wurde das sagt. Okay. Gut, wir wollen hier hoch. So. Wupp. Das sind doch seine ganzen Klon-Brüder hier, ne? Wie er da rumhängt. Mann. Das sieht so dämlich aus. Okay. So langsam muss ich mir mal Sorgenpistole mit dem Bonnet machen. Bluuu. Nehmen wir halt den nicht mit. Auch wenn ich die Para eigentlich ein bisschen mehr mag für das, was wir hier veranstalten. Aber hey. Machste nix. Okay. Gleich geschafft. Wo ist der Träger für die Mobs? Wo ist der Träger? Nirgendwo? 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 Okay. 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 Und Sha-Weng. Moment. Von da bin ich bis hier gelatscht? Woher weißt du, dass das Ramses Schiff ist? Da steht drauf Seaboard. Und nicht Ramses. Aber okay, Nathan. Wenn du meinst, das ist Ramses Schiff, dann wird das wohl Ramses Schiff sein, hä? Okay. Endlich. Jetzt. Jetzt was? Boah, das muss ein Witz sein. Was für ein Chaos. Mist. Moment. Wo willst du hin? Dort halten sie Sully bestimmt fest. Ich muss auf das Schiff. Oh. Das ist ja direkt um die Ecke, das Schiff, ne? Also ist ja direkt, ne? Überhaupt nicht mit Schwimmen verbunden, oder wo? Ach, Mist. Are you fucking kidding me? No, no, no! Jetzt soweit wirfst du keine Granate. Ich meine, die können mir gerne ihre ganzen Mechs und überhaupt geben, das wäre ich jetzt nicht gegen abgeneigt, wenn ich ehrlich bin. Was machen wir hier? Der Gmai war mir egal. Da liegt halt eine nette Waffenauswahl, aber... Eigentlich interessiert mich seine Waffe, aber die ist wahrscheinlich wie Wasser gefallen, ne? Anscheinend. Okay, gehen wir weiter. Wir haben nur 21 Schicks. Müsste wir hier hinhauen. Was? Äh, da will ich definitiv nicht runter. What the fuck? Springen? Irgendwas? Springen. Don't even try to. Abgesägte Schrotflinte. Nicht gut. Oh, Regen. Natürlich. Warum auch nicht? Was? Gucken, ob ich einen Stealth killen kann. Ich bin nicht hier. Ne, kann ich nicht. Die forsten einen immer ins QDE. Okay. Ich höre, ich drücke die Taste. Ist mir heute scheißegal. Okay. Nochmal. Springen. Ach du Scheiße. Das wackelt ja gar nicht bescheuert, ne? Hier ist nichts. Ach hier ist nichts. Da war kein Scheiß. Ich bin da irgendwo einer. Ist da irgendwo einer? Ich glaube das waren alle. Ich glaube das waren alle. Anscheinend waren das alle. Fuck Champ. Äh. Mein Gott ist das lustig zu ziehen, wenn die ganze Zeit alles hoch und runter wabbelt. Wie beschottet. Was? Alter. 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 Alter war durch. Nein, ihr dürft mich hier nicht zurücklassen! Schrotpistolen? Oh, wir reden. Oh, wir reden. Du bist ein? Okay. Mein Gott, der weiße Ei. Okay, Mädels, okay. Okay, let's go. 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 Okay. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay. Okay, let's go. Okay. 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 Okay, let's go. 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 Okay. 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 Okay, let's go. Okay. Okay. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. immer geshuffelt. Außer man ist natürlich gerade in irgendeiner anderen Animation dann anscheinend nicht. Are you fucking kidding me? What the fuck? Toll, ein Schabchen, jetzt. Wie soll ich den denn kaputt kriegen? Okay. Ähm, okay. Doch irgendwas mit Explosionsschaden. Irgendwas großes mit Explosionsschaden. Weil das ist Redonculus. Den krieg ich halt nicht tot. Das ist das, was man unsterblich nennt. Und so runter. Außer natürlich irgendeiner von euch hat irgendwas, was mir hilft. Schrotflinte ins Fels? Unwahrscheinlich. Könntest du mir den bitte geben? Dankeschön. Ich hab' ihn doch getroffen. Okay, vor dem laufen wir jetzt erstmal ne halbe Stunde weg. Jetzt die anderen spawnen. Oh, okay. Oh. Okay, vor dem laufen wir jetzt. Oh, okay. Ah. Oh. Oh! Oh. Oh. Ich weiß ja nicht, was der für eine Rüstung hat, aber die scheint echt gut zu sein. Cool, sein Raketenwerfer ist nicht runtergefallen. Der Raketenwerfer von dem liegt jetzt da oben, super cool, super cool, super cool, macht richtig Spaß gerade. Ich brauche einen Raketenwerfer oder irgendetwas, als ob ich ihn so kaputt kriege. Oh, ich kann jetzt einen Rüstung herstellen. Er ist noch nie ein Rüstung, was ich nicht tun soll. Oh, ich habe noch 1 Rüstung aufgedreht. Ich glaube, ich habe noch einen Rüstung zu machen. Ein Rüstungen, ich habe noch einen Rüstung zu haben. Ich habe noch einen Rüstung aufgedreht. Ich weiß kein Rüstung zu machen. Finally! Oh mein Gott, wie lange soll ich denn noch hier getrappt sein? Wollen sie sich schon rausböttern? Hä? Nein, 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 lass mich zurück, ich hätte die andere Waffe mit mir bekommen. Das ist ein netter Ruhl, wenn sie nicht so scheiße aufgehen würde. Jetzt bin ich die Tür aufgelassen. Das ist ein netter Ruhl. Verdammt. Das ist ein netter Ruhl. Das ist ein netter Ruhl.